Eines Tages, als er eines wie immer im Internet war, er gefreut war seine Aufmerksamkeit. Das hieß doch nicht wahr, dachte er laut, wie ein voll Idiot, nur mehr herauszufinden, dass es stimmte. All diese Möglichkeiten, all diese Sachen, die man immer aufgeschoben hat, für die man jetzt Zeit hat. Du kannst zocken. Stirb, stirb. Du kannst lesen, du kannst wichsen, okay, das zeigen wir jetzt besser nicht. Du kannst Netflix gucken und ganz verrückt, du kannst Sport machen. Du kannst Musik hören, du kannst Musik machen, du kannst zeichnen, deine Schwester sollte für dich zeichnen. Du kannst dir einen Bart wachsen lassen, du kannst dir keinen Bart wachsen lassen. Du kannst putzen oder es dir vornehmen. Du kannst all dein Geld für ein Auto ausgeben, was du nicht mal fahren kannst. Und du kannst ins Bett gehen und merken, dass es 5 Uhr morgens ist. What the f- Ah.